Willkommen zu einem neuen Part. Let's play Super Meat Boy. Wow, was die ganze Scheiße hier schon ein bisschen schwieriger macht. Hier wäre eigentlich Bandage Girl gewesen, aber jetzt müssen wir dahin, wo die Bandage war und ich weiß nicht, wie ich diese Bandage hier holen soll. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen, außer Fail? So. Ach du Scheiße. So. Okay. Oh Gott. Ich spüre schon wieder dieser Krampf in den Fingern, weil Meat Boy einfach schrecklich ist. Oh Mann, ey. So. Ach du Scheiße. Nein. Ja, diese Laufbänder, die haben mich da gerade hingezogen. Ja, bring mich um. Komm. Boah, unfassbar. Also, jetzt ist die ganze Physik und einfach alles anders, Alter. Ne. Ne, Alter. Ne. 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 Der geht einfach nicht hoch. Ach, das regt mich so auf. Das kann ich nicht. Wenn auf einmal die Steuerung anders ist, dann kriege ich so einen Anfall. Ach, das ist so ein Anfall, Mann. Ach, halt die Fresse, komm. Kann ich nicht einfach so ein Level haben, wo ich einfach durchrennen kann. Einfach durchrennen, so meine Wut so auslassen. Einfach, ich bin so, fuck, durchgerannt. Habt ihr das gesehen? Das regt mich auf. So. Ist einfach so. Oh Gott. Die ganze Physik ist anders. Fuck. Direkt in die Kettenkreissäge reingesprungen. So. Okay. Glitchgirl, die muss ich haben. Damit wir auch die Glitchwelt hier haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Glitchwelt noch nicht. Alter, mach keinen Scheiß. Das ist einfach, einfach Glitchgirl kriegen. Ja, bloß wir jetzt auf... Nein! Oh, da war Glitchgirl. Die wäre so wichtig. Ja gut, die Glitchwelt ist zwar das Schlimmste, aber das brauchen wir halt auch. Und Glitchgirl siehst du nicht alle Tage. Oh Mann, du Hurensohn. Entschuldigung, Entschuldigung, aber... Ist das so? Oh Mann, ey. Also wirklich, Entschuldigung, falls im weiteren Laufe des LPs solche Wörter fallen. Aber... Muss... Muss mal langsam. Die Wut... Muss sich entladen, Alter. Die Wut muss sich entladen. Oh, ich glaube, beim nächsten Mal... Das hole ich mir so eine Stresspopo. Und hau die einfach jedes Mal. So kaputt, wenn ich sterbe, ey. Dann komme ich mit einer Gettensäge und säge die Tod, Alter. Ach, komm. Komm, tu einfach den Controller weg und trink mal was. Komm, komm Junge, geh mal was trinken. Und zwar Wasser, aber nicht irgendwie was anderes. So, mein Nachbar denkt sich auch bestimmt wieder, was labert der eigentlich gerade für'n Scheiß? Sitzt einfach vor seinem PC und redet. Was ist das für'n Stück, Alter? Oh Gott. Ne... Nein! Oh nein. Oh nein, 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 nein. So. Okay. Ah, fuck. Okay, jetzt komm. Leg mich. Oh, Gott sei Dank. Alter. Das Level war ja unfassbar, ey. Was ist das denn? Hat der eigentlich gelitten? Warte, welches Level ist es? Ich habe den Zettel weggeworfen. Warte mal kurz. Ähm. 3, 5. Und 3, 6 ist eine Bandage. Und das ist 3, 5. Wo ist denn die Bandage? Ich glaube da irgendwo. Irgendwo bei den Schlüsseln. Irgendwo da. So. Wow. Warte, warte, warte. Nein. Nee. Nein. 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 So. Ja. Ach, guck mal. Ich sehe die Bandage. Also wenn etwas übel ist in diesem Spiel, dann ist es diese Bandage, Alter. Wenn etwas übel ist, dann diese eine Bandage. Boah. Alter. Aaaaaah. Wie hat er sich denn das vorgestellt, Alter? Ja, ich muss da irgendwie von unten kommen. Alter, das kann nicht sein Ernst sein. Warte mal. Muss ich das echt nicht... Warte mal. Ich hole mir mal den Jill. Oder warte, was kann die eigentlich? Okay. Alles klar. Kann also nicht nach oben oder... Nicht springen. Ja, dann ist der Jill der Beste. Aber... So. Boah, der Jill, der fliegt aber ja auch hoch, du. Es geht... Ja, ich glaube, der Jill ist für diese Bandage ziemlich gut. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Oh, nein. Aber so kann ich es machen. Ne, Jill? Wie jetzt sind sie es so? Generell so. So. Im Leben so. Wirst du, wie ich meine? Ich habe es ja eben geschafft, irgendwie. Ich glaube, das sollte ich mit dem Jill machen, du. Oder... Ich habe eine bessere Idee. Und zwar... Mach ich erst mal... Das O mit dem Jill. Aber von einer anderen Position aus. Oder so. Oh, nee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal hier. Ne, ich glaube, das mache ich doch nicht von einer anderen Position. Ne, ne, ne. Das klappt, glaube ich, nicht so, wie ich es geplant habe. Ich versuche es mal erst mal so, wie ich es, äh, jetzt doch geplant hatte, anders zu machen. Und zwar... Machen wir erst mal diese Stelle hier. Oh, zu hoch. Ähm... Da muss ich es vielleicht doch so machen. Aber es ist ja voll easy. Schwer. Nicht easy! Weißt du? Mache ich das einfach jetzt so? Hier. Okay. Ja, ich glaube, das klappt nicht so, wie ich es geplant hatte. Warum nicht? Weil ich komisch bin. So. Alter, ist das Level übel. Nein! So. Oh, nein! Oh, nein! Was? Nein! Nein, Alter! So. So. Oh, nein! Ihr Schweine! Ich dachte, er hat einen Boden. Fuck! Oh! Junge, Junge, Junge. So. Das ist fantastisch, mal... Jill, Mann! Hör auf! Ich bitte dich, Jill. Oh, Jill, Junge. Komm! Jetzt... Hör auf! Alter! Nee! So. Aber schon unfassbar, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ey. So. Hat er gelitten? Achso, guck mal. Hier ist er auch noch. Ui. Ja. So, 40 Sekunden waren das. Und ich brauche 28. 25, okay. Meat Boy, komm zurück. Jetzt klappt das hier aber, Meat Boy. Ne? Oh, ja. Oh, nice. Also, Meat Boy... ...ist auch nice drauf. Würde ich mal sagen. Scheiße. Jetzt muss es klappen. Jetzt muss ich da hochkommen. Und ich komme nicht hoch. Dann bringe ich mich um, weil man braucht 26 Sekunden. Verdammt. Aber wenigstens haben wir die fucking... Die fucking Bandage haben wir, Alter. Die fucking Bandage. Also schon Fortschritt. In diesem Assi-Level hier, Alter. Ne. So. Okay. Gut. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Joa. Nein! Fuck! Nein! Nur weil ich einmal vorbeigesprungen bin? Oh nein, ey! Das kann doch nicht sein. Also die Abfluss... Die haben mir auch Angst gemacht. Ich dachte am Anfang, das ist schon ein bisschen großzügig teilweise. Aber jetzt werden die echt richtig übel. Man, man darf sich echt keine Scheiße mehr erlauben. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Bei mir, ey. So. Okay. Oh, du bist so ein Assi, Junge! Du bist so ein Assi! Okay. Ja. Muss ja alles auf Anhieb klappen. Das tut's halt nicht direkt, ne? Und das ist das Schlimme. Weil das muss es nämlich. So. Okay, 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 okay. Ja, komm. Komm. Geh hoch! Ja! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was kommt jetzt für ein Scheiß, Alter? Oh nein. Hat der gelitten! Glitschke! Nein! Vor allem dann noch so dumm, weil ich jetzt wusste, wie es funktioniert. Manchmal will ich mich, manchmal will ich mich umbringen, Alter. Boah, du Assi! Ich hab doch weggelenkt! Pfff. So nicht. Ey! Ja, gut. Hm? Ich muss nochmal hoch. Wart mal. Wart ist eigentlich, wenn ich hier nochmal hoch... Du Assi! Bring dich um, du Stück. Ja, muss ich nochmal hoch. Alter, was wünscht? Fick dich! Fick dich! Das ist so ein Assi, Alter. So ein Assi ist das! So ein Assi hab ich noch nie gesehen, Alter. Nee. 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 Du Stück Scheiße, Mann! Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und ja, nochmal, komm. Tschüss. Das ist so ein Assi, Alter. Das war eben So Das Glitchgeld Ruhren so Nein, Entschuldigung Arschloch, du Wichser, Junge Fick dich doch Ach, du Fleisch Mann Affe Affe Affen Nein Ich hasse das Spiel Ich hasse es Ich will das nicht mehr Wow Ich will das nicht mehr Ich will das nicht mehr Gott Dieses Level Dieses Level zerstört Das fickt mein Leben Alter Ich komm gar nicht drauf klar Oh nein Ich würde jetzt so gern was sagen Aber das müsste ich raus Aber das müsste ich rauspiepen Du dummes Ich habe jetzt mein Mikro ausgestellt und die Worte gesagt Alter Es ist wieder an Ja, keine Ahnung Mann Haltet doch die Fräsen Okay Konzentration Konzentration Das ist das dritte Mal im Partys mit Glitchgirl haben, Junge Das ist das dritte Mal im Partys Aber Das ist das dritte Mal im Partys Zumal im Partys Es ist das dritte Mal im Partys Oh nein, die Glitchshade Nein, nein, die Raketen, nein, nein, ja, da ist sie, das war noch nicht mal ablos, ich brauch 20 Sekunden, das waren 21,5, nur weil ich ein bisschen vorsichtiger war wegen Glitch, aber wenigstens haben wir die Glitch-Welle, Leute, ich muss die Scheiße noch mal machen, fick dich, fick dich, wirklich, ich verzweifle, Nein, 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 nein Nein! Nein. Moment mal. Da fällt ein Schlüssel runter. Warte mal. Da fällt ja ein Schlüssel runter, wenn ich das einsammle. Warte mal. Sammle ich den auch ein, wenn ich hier so vorbeifliege? Was soll ich? Oh, Moment mal. Nee, komm. Komm. Wir spielen mal jetzt dieses Level hier noch. Aber mal mit Bandage hier. Komm, mach mal mit Bandage. Ich habe ihn beinahe gekriegt. Also, ne. Oh nein Wie soll ich das denn machen, Alter? Ah, es geht doch nur... Weis, wisst ihr... Wir machen mal heute... Nein! Wir machen mal heute ohne Bandage... Wir machen das Level erstmal ohne Bandage... Ja, jetzt... Ich bin schon zu kaputt... Ich muss ins Krankenhaus, also... Wir machen mal heute ohne Bandage... Wir machen das Level erstmal ohne Bandage... Nein! Nein! Uuuuhh, Alter... Das Spiel macht mich verrückt! So Ah, du Stückche... Scheiße... L, L-l-l, L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Ha-huuu! Rick freut sich! Hehehe! Jaaaaaa! Alter! Deine Mom, Alter! Näh! Näh-hähäh! Oooooooh! Oooooooh! Ho-ho! Moment mal! In 3, 6 und 3, 7 gab es eine Bandage. Oh, nein! Da war irgendwo eine Bandage. Warte, warte. Wo? Oh, da oben. Hier ist noch irgendwo eine Bandage. Aber wo? Oh, ich pimmel. Nimm! Nimm! Oh, du Pimmel. Oh, Junge. Nimm sie doch einfach. Nimm! Nimm! Alter. Boah! 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 Tschüss! Eieieie! Eieieieie! Boah! Alter, ich bin fertig für heute. Tschüss! Tschüss! Ich bin fertig für heute. Ich bin so kaputt, Alter. Ne. Tschau, Leute.